Wir sind jetzt also sozusagen unmittelbar in der Gegenwart angekommen und sozusagen auch in Europa. Ich würde jetzt ganz gerne die Frage nochmal an Dirk weitergeben. Du hast es ja gerade in deinem Statement schon so ein bisschen angedeutet, die Bedeutung des Begriffes Asozialität heute. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen vertilieren. Und möglicherweise kommen wir ja ziemlich tief in eine sehr theoretische Debatte rein, wenn es um dieses Konstrukt, ich würde mal sagen, asozial geht. Denn im Prinzip, wer definiert sozial? Wer setzt asozial einfach mit unsozial gleich? Wenn es also erstmal schon keine abschließende, sagen wir mal anerkannte Definition für sozial gibt, wie kann denn jemand unsozial sein? Also wer definiert diese Begriffe? Wer hat die Hoheit und die Macht dazu, diese Begriffe zu definieren? Im Sinne eines jeweils jahrschenden Systems. Und wer schafft, beziehungsweise konstruiert dann die sogenannten asozialen, die dann, also über ein Konstrukt, das ausschließlich zur Kriminalisierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen konstruiert worden ist. Das erste Mal auftauchen dieses Begriffs ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann gab es diese Negativzuschreibung von Menschen, aber schon wesentlich länger. Also soziale Ausgrenzung gibt schon länger, was es zwischen Verfolgung gibt auch schon länger. Die Zuschreibung als Unnütz, als Unwert, als Gemeinschaftstrend, Fremd, Arbeitsschuld. Diesen Begriffe zu verfolgen. Und ich sage mal, ein entscheidender Punkt war so ein bisschen die Zeit um Luther und Calvin, wo der Arbeitsbegriff neu definiert worden ist. Da wurde nämlich aus der Lust am Arbeiten, auf einmal der Zwang und das Muss des Arbeiten. Da entstand dieser sogenannte protestantische Arbeitbietus, der uns bis heute im Prinzip verfolgt und der das Stigma asozial eng verknüpft mit Arbeitswille, Arbeitsverweigerung, Arbeitsschuld und so weiter. Es gibt eine historische Dimension, die die Entstehung dieses Stigmas weiterverfolgen lässt. Und wenn wir zum aktuellen heute kommen, ist die historische Komponente raus. Es wird noch als stigmatisierendes, als diskriminierende Zuschreibung verwendet. Es wird entkontextualisiert und enthistorisiert verwendet. Und es wird auch nicht über die Folgen einer solchen Zuschreibung in der NS-Zeit sein, zum Beispiel der wenig nachgedacht. Das fließt sicherlich auch einmal an der fehlenden Aufarbeitung, manchmal zur 45. Wenn man sich mal überlegt, ein Bewahrungsgesetz für Menschen ist immer an Inhalt und Detailfragen bescheitert. Aber es gab ein einziges. Und das in der Bundesrepublik in den 60er Jahren. Vielleicht noch mal eine zweite historische Komponente. In den 50er Jahren wurde Roma, die vor 1942 davon gekommen sind, eine politische Studie, eine drastische Studie, die die Verfolgung abweckt haben, sozusagen per Grundsverfassungs- und Rechtsurteil, weil sie eben halt vorher schon als kriminelle Asozial verfolgt waren. Das sind Komponenten eines Stigmas. So wie es ihm gewirkt hat, das ist eben halt symptomatisch für dieses Stigma. Weshalb wir ja heute auch dafür eintreten, dass das Stigma nicht mehr eingesetzt wird. Das heißt, ich kann, da bin ich beim nächsten Punkt, nämlich der aktuellen Debatte, Sarrazin so oft als Asozial zeichnen, wie ich will, es wird ihn nicht treffen. Es wird die treffen, die sich in der Stigma nicht wehren können. Und die werden sozial ausgegrenzt. Nicht ein Herr Sarrazin nimmt die Menschen schadenweise mit seinen, also hinterherrennen und bei denen die rassenhygienischen oder eugenischen Komponenten seiner Sprache, nämlich die negative Zuschreibung von Eigenschaften, pauschern auf ganze Bevölkerungsgruppen und diese dann auch noch genetisch zu begründen. Wird viel zu wenig diskutiert in dem Zusammenhang und es wird nur noch über eine sogenannte neue Meinungsfreiheit diskutiert, man darf wieder alles sagen. Das ist auch so eine Komponente der Nichtraubarbeitung bis heute. Und dann lassen wir einfach mal die Frage auf dem Raum stehen, um nicht zu weit abzuschweifen, kann ein System, das rassistische und soziale Ausgrenzen im Gesetz zu haben, nicht rassistisch und nicht soziale Ausgrenzen sein? Und hat die ein Interesse daran, die herrschende Politik in diesem System, dieses Stigma aufzuarbeiten? Und die damals Verfolgung tatsächlich, heute auch als Verfolgte, nicht nur das Ende des Vergeins, sondern eigentlich als die Verfolgung als Unrecht an sich, die Stigmatisierung als Unrecht an sich, im Halt zu thematisieren. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, vielfältig gerade in der Ungarn gesprochen. Wir können auch nach Österreich oder in die Schweiz gucken. Es gibt wieder Bettelverbote, eingeführte Bettelverbote, die explizit zum Beispiel auf Roma angewendet werden. Ich muss auch gar nicht an die ganze Debatte Flüchtlinge und Roma erinnern, die heute läuft, die Zuschreibung, Einwanderung in Sozialsysteme, Sozialsporte, außer die Weigerung, eine strukturelle Diskriminierung von Roma in Europa als politische Verfolgung anzuerkennen, sondern ständig von Wirtschaftspflichtigen zu reden. Das sind alles Folgen, die mit der Nichtaufarbeitung auch von Verfolgung in diesem Sinne zu tun haben. Vielleicht mal ein Punkt, der mit dem Steg mal aufverbunden ist, bevor ich es vergesse. Es geht natürlich auch um eine Individualisierung der Schuld. Es geht darum, dem Menschen für seine Umstände, Zustände persönlich, individuell die Schuld zuzuschreiben und gleichzeitig gesellschaftliche Verhältnisse, die dazu mit zuständig sind, im Teil zu leugnen oder zu verschleiern. Das ist natürlich auch. Und dann das bis heute.